Tor! Jetzt steht es 1 zu 0 für Bayern München. Freut euch nicht zu früh. Wolfsburg kann noch aufholen. Theoretisch können sie das. Aber ich glaube es nicht. Wieso nicht? Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Ja. Aber die Bayern spielen heute wirklich gut. Wolfsburg hat keine Chance. Wir werden sehen. Ich sag es Ihnen, das wird nichts.